hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich begrüße recht herzlich zu der live stream ankündigung für den 5 juni in der zeit zwischen 17 und 19 uhr wir werden wieder ein live stream machen von der niemannsland also ich werde ein live stream machen von der niemannsland es hat sich hier an meinen kleinen aber feinen bauernhof ein bisschen was ergeben ich würde mich freuen wenn es ein bisschen zeit nimmt aber ideen mit bringt was man machen könnten wir werden hier die strohbergung und diesmal ausprobieren hier habe ich die halle hergestellt wir werden mais häckseln wir werden hafer ernten da ist da oben wir werden heu machen bäume setzen hätte vor ich habe so viele pläne wie gesagt am 5 juni ist es wie soweit ich werde mit hier mit der niemannsland live eigentlich wollte die eishockey machen aber ich habe da ein gewisses projekt im kopf und das funktioniert alleine nicht aber mein wie soll ich sagen gegenspieler hat leider keine zeit weil der auf lehrgang ist deswegen müssen wir das ganze auf juli verschieben somit wäre das gesagt was ich sagen wollte wir sehen uns am 5 juni in der zeit von 17 bis 19 uhr hoffe ich hab's zeit wünsche ich bis dahin noch einen schönen tag einen schönen Abend und eine schöne Nacht einen wunderschönen guten morgen lieber sportsfreund liebe sportsfreundin je nachdem wann dass du dir hier dieses video schaust bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben sportfreunde dies ist in der corona zeit viel viel wichtiger bleibt mir bis dahin gesund und munter euer hp servus